So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Ich bin den Weg hierher gelaufen und, ähm, ja, wir machen hier einfach direkt weiter. So, hier geht's nämlich direkt los. Äh, Hannah, warum ist Hannah rot? Hallo, mein Name ist Hannah, du bist Wolf bei der IP, richtig? Ich habe von dir gehört und... Äh... Wie taff du bist, von meinen fünf Freunden. Wie du vielleicht bereits weißt, bin ich die letzte Person, der du dich beweisen musst. Bist du bereit, ja? Nun, zeig mir mal, ja, mach ich. Das ist wirklich schön. Nun, lass uns zum Kampfteil übergehen, das wird nicht einfach werden. Das befürchte ich auch. Wenn die hier schon rot ist, dann, dann ist die richtig übel. Was, ein Schlag tot. Na, danke. Das wird richtig. Das wird übel. Nicht mal... Nicht mal Geowatz kann das viel besiegen. Tja, das machen wir gleich nochmal. Was ist denn das für ein furchtbarer Kampf, jetzt schon? Ich versuche zumindest das Vieh irgendwie zu besiegen. Dieses Flinsch, das ist so... Wir schrecken immer wieder zurück. Ja, bei uns, der Wende, ist jetzt ein Feuerangriff an. Jetzt verstehe ich auch, warum der Typ in dem Video gesagt hat, dass der Kampf ist übel. Habe ich vorher echt nie nachvollziehen können, weil ich dachte, ja, das wird doch machbar sein. Nein, ist es nicht. Hier kriegen wir nur auf die Schnauze. Guck mal, unser ganzes Team von einem Pokémon besiegt, weil wir kein EV-Training machen. Amphoros ist das Einzige, das dagegen ankommt. Und wie gesagt, wir haben eh verloren. Ich möchte bloß mal gucken. Spezialangriff gesteigert. Na, das höre ich doch gerne. Das lässt mein Herz doch vor Freude höher schlagen. Okay, das heißt, ich muss mit Amphoros anfangen und das Vieh paralysieren, sonst habe ich keine Chance. Ja, Aquaknarre. Damit haben wir bestimmt eine Chance. Ja, Blackout. Ich weiß, dass ich Blackout bin. Ach. Wie lange muss ich denn warten? Und muss ich dann, muss ich dann wieder hier Dings dabei haben? Oder müssen meine Pokémon Recovered sein? Pack mal Amphoros vor. Ne, ich muss warten, bis ihre Pokémon fertig sind. Wie kriege ich die platt? Wer bist du eigentlich? Jemand Unwichtiges. Das ist auch nichts. Hier kann man theoretisch noch Pokémon begegnen. Will aber keiner. Darf ich jetzt wieder? Oder wie lange muss ich warten? Okay. Ich muss wohl eine ganze Zeit lang warten. Oh, 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 oh. Also das Erste können wir platt machen, wenn wir es erst paralysieren und dann mit Geowatz erledigen. So. Fürs Andere hat er etwas empfohlen. In dem Video. Was hier übermächtig sein soll. Schön, der Server hat mich wieder rausgeschmissen. Geil. So Leute, da hat mich beim letzten Mal, oder ja, vor wenigen Minuten der Server rausgeschmissen. Wir versuchen es einfach noch mal. Ne. Machen wir nicht. Wir packen das vor. Jetzt versuchen wir es noch mal. Ja. Das zeige ich dir. Blöd, dass man das immer neu vorzeigen muss. Aber ich beende hier immer eine Session damit, dass ich vom Server rausgeschmissen werde. Das ist so furchtbar. So, super effektiv. Zack. Erstschlag. Reicht natürlich nicht. Aber reicht für den Anfang. So. Wenn wir den jetzt noch ganz kaputt kriegen, ist gut. Mal gucken, was uns dann noch erwartet. Also besser wird es auf keinen Fall. Aber wir hoffen einfach. Mehr bleibt uns auch nicht. Wie du lebst noch? Du hast nicht mehr zu leben. Stimmt, ich hatte irgendwie mal irgendwann den Plan, das mit Ampharos zu machen. Aber ich glaube, der Plan ist inzwischen passé. So. Gengar macht's. Maschumai. An sich guter Gegner, weil kann uns recht wenig in den meisten Fällen. Nutzen wir jetzt auch sofort aus. Und beleben gerade mal Geowatz wieder. Und beleben gerade mal Geowatz wieder. Ach, Unlicht kannst du auch. Und du kannst alles, mein Freund. Du kannst alles. Unsere Gegner hier sind richtig kacke. Ich kann die sowas von überhaupt gar nicht leiden. Und wahrscheinlich kann er auch noch Feuerpunch oder sowas. Aber ich denke mal, Maschumai, wenn wir den so ein bisschen staggern hier. Das geht. Ja, ich habe gerade überlegt, ob es ein anderes Pokémon ist. Aber nee, ist es ja. So, dann jetzt ganz kurz mal hier alles wiederbeleben. Eispunch. Ja, auch okay. Passt auch. Tötet auf der Stelle. Ist okay. Blöd, ich habe halt kein Pokémon mit einer Psycho-Attacke. Achso, du bist schon paralysiert. Okay. Ja, Paralyse ist super. Weil wir gehen jetzt zwar eh drauf, aber jetzt benutze ich nochmal das Revival Heart. So, vielleicht ist es auch paralysiert. Ja, ist es. Sehr schön. Das nutzen wir jetzt nämlich voll aus. Amphoros nicht selber hauen. So, dann hole ich nämlich jetzt unser Gengar wieder raus. Mach den fertig. Oder auch nicht. Ey, wie soll man diese Trainerin denn besiegen? Wie? Ich glaube, das ist unmöglich. Zumindest nicht ohne hier EV-Training zu betreiben. Oder Leute zu haben, mit denen man gerade mal Pokémon tauschen kann. Von denen man sich mal was leihen kann. Ihr seht ja, meine Pokémon sind One-Hit. Das ist nicht so, dass man hier irgendwie mal was abkriegt. Man ist im Endeffekt hin. Wenn man hier einen Schlag kassiert, ist man tot. Okay, er hat uns verfehlt. Das ist schon mal wichtig. Ja, okay. Nummer zwei haben wir auch. Das ist Arbeit, Leute. Das hier ist richtig Arbeit. So, wer ist der Nächste? Flug-Pokémon. Siegt an sich erstmal nach. Kann man nur siegen? Okay, er wird schon durch unsere Start. Ich habe eigentlich mit einer Feuerattacke gerechnet. Gut, aber der Donner zieht recht viel ab, wahrscheinlich. Ja, so will ich das sehen. Jetzt, wenn es nochmal... Ja, okay. Das ging. Das ging. Wir brennen, ist egal. Wir überleben den nächsten Angeferen nicht. So, was kommt jetzt? Mega-Meter-Groß. Mh, mh. Jetzt mal einen normalen Beleber. Paralysiert. Okay. Mega-Meter-Groß ist ein Psycho-Pokémon. Dementsprechend sollten wir mit Geistattacken zumindest ein bisschen Schaden anrichten können. Pff. Pff. Tun wir. Aber paralysiert ist es trotzdem nicht. Da denkt es nicht mal dran. Das Wort Paralyse kommt in seinem Wörterbuch nicht vor. Du bist so ein ätzender Gegner. Warum hat man dich überhaupt ins Spiel eingebaut? Wie soll ein Mensch, der einfach nur normal Pokémon spielen will, jemals an dir vorbeikommen? So, wo sind meine Fiebertränke? Weil wenn uns das Vieh nicht mit einem Schlag umbringen kann, dann ist Cabotops hier die beste Waffe der Welt. Komm, sei paralysiert. Sag mal. Kann das Vieh schweben? Ich glaub' ich glaub' ich glaub' ich nicht. Ich glaub' ich glaub' ich nicht. Ich glaub' ich verzieht' ich gerade mal. Super effektiv, es nützt bloß nix. Ne, komm. Wenn uns das Vieh jetzt eh umhaut, dann beleben wir zumindest vorher Ampharos wieder. Das brauchen wir dann fürs nächste Pokémon wieder für die Paralyse. Oh, das ist voll paralysiert, dann haben wir jetzt doch noch ne Chance. Aber ich glaube nicht, dass wir dazu kommen. Ne. Jetzt ist nämlich nicht mehr paralysiert. Das macht nix. Gengar ist schneller. Das Mega ist eigentlich immer das stärkste. Das bedeutet, das haben wir jetzt schon mal weg. Du warst Käfer und Feuer. Das heißt, mit Wasserattacken kämen wir dir eigentlich bei, aber mit Gestein auch. Brenne ich schon? Ne. Brennen tue ich zumindest nicht. Sehr schön drin. Ja. Wir müssen hier wiederbeleben. Es ist wirklich ein ätzender Kampf, Leute. Ätzender geht er gar nicht mehr, aber wir kämpfen ihn trotzdem bis zum bitteren Ende. Und wir werden gewinnen. Ja, oder auch nicht. Warum hat man so einen starken Kampf hier überhaupt eingebaut? Ich meine, wir wollen ja eigentlich nur in die nächste Region. Mehr wollen wir gar nicht. Mehr haben wir nie verlangt. Wir nutzen jetzt erstmal schön aus, dass das Vieh paralysiert ist. Ja, Amphi, du hast getan, was du konntest. Habe jetzt übernimm Piowatz. So, mit so einem Rock Throw sollten wir nämlich ordentlich Schaden anrichten können. Joa. Critical Hit. Zack. Weg. Letztes Pokémon, bitte. Hm. Mega Zohaido. Ne, komm. Einen Angriff haben wir frei in der nächste Runde. Müssen wir dann unser Elektro-Pokémon wiederbeleben. Weil wir sind ja sturdy. Achso. Aber den Angriff haben wir trotzdem nicht frei. Das ist schön. Ich versuch's mit Visafloor einzuschläfern und dann auf die Weise platt zu machen. Ja, Earthquake reicht nicht, um uns zu vernichten. So, da gleich noch Leech zieht drauf. Das heißt, solange wir genug Beleber haben, kommen wir hier irgendwie zu Rande. So. Ja, und solange es schläft, ist gut. Ja, wir haben's erledigt. Visafloor, du bist einfach stärker als du aussiehst. Ich hätte gleich mit dir angreifen sollen. Aber es passt. Wir haben es besiegt. Es sieht so aus, als ob du wirklich bereit bist, eine neue Region zu betreten und die Herausforderungen, die damit kommen. Rede mit mir einfach, wenn du bereit bist, um da hinzugehen. Oh. 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 War das ätzend. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich in die neue Region will. Also an sich klar will ich, aber... Uhhh. Leute, ich mach ne Pause. Eigentlich wahrscheinlich nicht, aber ich tue zumindest so, indem ich den Part mal beendele. Ihr lasst mir das Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir endlich Sinnoh betreten. Bis dann, euer Wolf.